Hallo, ich bin Maurice. Und ich bin Anna. Wir sind die Gründer von joinmygift.com, eine Online-Plattform, auf der sich Freunde, Verwandte und Bekannte treffen können, um gemeinsam Geschenke zu organisieren. Wir arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung unseres Produktes, um möglichst vielen Menschen den Zugang zu vereinfachen. Beispielsweise muss man sich bei uns nicht registrieren, um joinmygift.com nutzen zu können. Wir wollen wissen, was unsere User beschäftigt, was auf unserer Plattform noch fehlt, was wir besser machen können. Und aus dem Grunde erarbeiten wir Schritt für Schritt Szenarien, um uns bestmöglich zu positionieren. Als Startup ist es wichtig, sich zu positionieren. Es ist wichtig, sich zu fokussieren, um die eigenen Kräfte zielgerichtet einsetzen zu können. Klarer Fokus bedeutet eine klare Strategie für ein erfolgreiches Produkt. joinmygift.com ist unser Baby und natürlich wollen wir, dass es groß und erfolgreich wird. Und neben unserem eigenen Herzblut und unserem Engagement ist uns das Feedback unserer User extrem wichtig. Aus diesem Grunde schreibt uns, was euch gefällt, was euch weniger gefällt, was wir besser machen können. Wir freuen uns über jegliches Feedback. Joinmygift ist sehr einfach. www.joinmygift.com eingeben und los geht's. www.joinmygift.com